Ohne Energie wären Mensch und Maschine kraftlos. Ein Grund, warum Thomas Springer Elektrotechniker gelernt hat. Hier kann er unsichtbare Energie in sichtbare Erfolge umwandeln. Das gefällt ihm auch privat. Wenn die Körge in die Pedale tritt, dann setze ich mit meiner Energie. Die Energie ist in Gang. Beim Hobby wie im Beruf spielt für Thomas Geschwindigkeit eine grosse Rolle. Aber für ihn gilt immer, jede Energie braucht Kontrolle. Geschwindigkeit alleine nützt nichts. Wir Elektrotechniker brauchen die passende Störung und alle die neueste Technik. Ausserdem sind Elektrotechniker Teamworker, denn 70% ihrer Arbeit besteht aus Zusammenarbeit mit viel Dynamik. Wenn nur zusammen haben wir die meiste Energie. Deine Vielen Dank.